Grüß Gott, ich freue mich mit Ihnen meine Ideen zum Konzept des Virtual Enhanced Inverted Classrooms als Eckpfeil einer modernen Hochschullehre teilen zu dürfen. Mein Beitrag gliedert sich in drei Punkte. Erstens beleuchten wir kurz den Ausgangspunkt, das sogenannte Emergency Remote Teaching. So dann widmen wir uns Versuchen, den Schwächen dieses Emergency Remote Teachings zu begegnen, nämlich der Erstellung von Lernplänen und der Verteilung von Hausaufgaben. Abschließend widmen wir uns dem didaktischen Zielpunkt, dem Virtual Enhanced Inverted Classroom, als Konzept einer modernen Hochschuldidaktik. Wir alle erinnern uns gut. Als die Corona-Krise ausbrach, bemühten sich alle um eine schnelle Umstellung auf digitale Medien. Doch was geschah aus didaktischer Sicht in Wirklichkeit? Wir haben keine neuen Konzepte entwickelt, sondern lediglich einen Medienwechsel durchgeführt, nämlich von klassischen Vorlesungen hin zur Online-Vorlesung, von klassischen Seminaren hin zu Online-Seminaren. Statt klassischen Aufgaben am Ende der Stunde werden die Aufgaben nun per E-Mail und sonstigen Distributionsplattformen verteilt. Schon hier zeigen sich die Vorteile asynchroner Lehre. Digitale Lehrlernelemente können unabhängig von Zeit und Ort nach individuellen Bedürfnissen bearbeitet werden. Der Einsatz bekannter Formate und vertrauter didaktischer Konzepte erleichtert dem Lernenden nicht nur den Umgang mit diesen, sondern ermöglicht dem Lernenden auch, diese schneller zu erstellen und damit produktiver zu arbeiten. Schließlich können digitale Lehrformate in multiplen Kontexten eingesetzt und damit Zeit- und Ressourcensparen in verschiedenen Vorlesungsformaten genutzt werden. Hinsichtlich der bekannten Nachteile ist zu differenzieren, sicher leichter behebbar ist die Infrastrukturabhängigkeit des jeweiligen Lehrcontents und die Vielfalt der Kanäle, wobei beides durch technische und organisatorische Vorkehrungen kompensiert werden kann. Schwerer wiegt aus didaktischer Sicht die Gefahr einer größeren Passivität der Lernenden und das fehlende Priming, welches sich daraus ergibt, dass normalerweise das Classroom-Setting eine entsprechende Fokussierung auf das Lernen fördert. Größter Nachteil des Emergency Remote Teachings ist jedoch die Gefahr eines Social Distancing und der Verlust der sozialen Dimension des Lernens. Lernen ist, wie moderne Lernforschungen zeigen, nämlich kein rein individueller Vorgang, sondern er vollzieht sich in einem sozialen Kontext. Das heißt, wesentliche Lernfortschritte werden dadurch erzielt, dass am Modell des Lernenden, aber auch der Mitlernenden gelernt, deren Verhalten reflektiert und das eigene Verhalten überprüft wird. Lerntheoretisch eindrucksvoll wird dies vom Cognitive Apprenticeship-Modell untermauert. Viele der soeben beschriebenen Nachteile zeigten sich bereits unmittelbar nach Übergang zum sogenannten Emergency Remote Teaching. Doch auch die daraus gezogenen Konsequenzen, nämlich die Erstellung von Lernplänen und die Verteilung von Hausaufgaben, zeigen didaktische Nachteile und bergen Gefahren. Zu nennen ist zum einen die Gefahr eines erheblichen Workloads für die Studierenden, zum anderen die große Abhängigkeit von dem Selbstmanagement-, Selbstlern- und Selbstorganisationsfähigkeiten der Lernenden. Schließlich bergen derartige Konzepte keinerlei Ansatz zur Vermeidung des Social Distancing. Was ist die Lösung? Die Lösung ist eine didaktische Steuerung des Lernprozesses mit Hilfe des Virtual Enhanced Inverted Classroom-Konzepts. Dieses stelle ich Ihnen im Folgenden vor. Grundidee des von mir entwickelten Virtual Enhanced Inverted Classroom-Konzepts ist eine didaktische, nicht nur rein zeitlich organisatorische Verzahnung von strukturierten Selbstlernphasen und Live-Sessions, wobei als Entscheidungshilfe, welches didaktische Modell eingesetzt werden sollte, ein weiterentwickeltes Constructive Alignment 4.0-Konzept dienen könnte. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass neben den tradierten Elementen der Passung der Lernziele mit der Prüfung und den Lernaktivitäten auch die Lernortgebung und das Lernformat mit einbezogen werden. Doch was bedeutet das genau? Dazu bedarf es einer Rückbesinnung auf die Stärken des tradierten Präsenzunterrichts. Dieser vereint die Vielfalt von verbalen und nonverbalen Interaktionen und formellen und informellen Kommunikationsmöglichkeiten mit einer holistischen, multisensorischen Lernerfahrung. Gleichzeitig erzeugt das formalistische Lernsetting den bereits beschriebenen Priming-Effekt. Das Gehirn des Lernenden bereitet sich innerlich auf den Lernprozess vor, der dadurch optimal unterstützt und gefördert wird. Was bedeutet dies nun für den vierstufigen Lernprozess, bei dem der Lehrende die Verantwortung für die Vorstrukturierung und Informationsvermittlung besitzt, während der Lernende die Eigenverantwortung für das Lernen und die Anwendung und Kontrolle der erworbenen Kompetenzen trägt? Was bedeutet dies für den Erwerb der juristischen Handlungskompetenz, also der Gesamtkompetenz zusammengesetzt aus den entsprechenden Fachkompetenzen, Methodenkompetenzen, Sozial- und Selbstkompetenz? Entscheidend ist nach der hier vertretenen Auffassung, dass die Kompetenzziele in Einklang mit der Lernumgebung gebracht werden müssen. Dies ist die Erweiterung im Constructive Alignment 4.0-Konzept. Folgerichtig stellt sich die Frage, welche Kompetenzziele durch welche Lernumgebung bestmöglich gefördert werden. Dementsprechend fokussiert sich die Vorbereitungsphase als gelenktes Selbststudium auf den Erwerb des notwendigen Fakten und Fachwissens. In den sich daran anschließenden Live-Sessions mit dem Lehrenden steht die Methodik, die Kompetenzanwendung, die Kompetenztestung und insbesondere die soziale Interaktion sowohl zwischen Lehrenden und Lernenden als auch innerhalb der Peer-Gruppe im Vordergrund. Unverzichtbares Grundelement ist deshalb die zeitliche Synchronität, während eine örtliche Synchronität nicht notwendigerweise gefordert ist. Die darauf folgende Nachbereitungsphase ist wieder als gelenktes Selbststudium konzipiert. Der Fokus liegt hier auf dem Kompetenztraining und der Kompetenzverfestigung, wobei am besten eine multiple Problemperspektive eingenommen und entsprechendes Carfolding-Materialien zur Verfügung gestellt werden. Die Nachbereitungsphase kann ebenso wie die Vorbereitungsphase als gelenktes Selbststudium in digitalen Lernsettings realisiert werden. Erlauben Sie mir hierzu ein Beispiel aus meinen Lehrerfahrungen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Einheit zu den Gerichtsstandsvereinbarungen konzipieren. In der Vorbereitungsphase als gelenktes Selbststudium können die Studierenden zunächst die Systematik der einzelnen Gerichtsstände nach der nationalen ZPO bzw. der EuGVVO wiederholen. Anschließend sollten Sie die einschlägigen Paragrafen Artikel 25 und 26 EuGVVO bzw. 38 bis 40 ZPO lesen. Überdies kann der Dozent entsprechende Aufsätze zu den Gerichtsstandsvereinbarungen zur Verfügung stellen und mit einem Abschlusstest den Erfolg der Vorbereitungsphase testen. Für all diese Arbeiten eignet sich die strukturierte Selbstlernphase besonders gut, da der Erwerb von Fach- und Methodenwissen im Vordergrund steht und hierfür entsprechende Lernzeiten einzuplanen sind. Demgegenüber kann die Interaktion mit dem Lehrenden und der Peergroup ihre zentralen Stärken vor allen Dingen bei der Kompetenzanwendung, Kompetenzverfestigung und Kompetenztestung ausspielen. Konsequenterweise sollte daher die Live-Session zunächst zwar mit einer kurzen Wiederholung des in der Vorbereitungsphase erworbenen Wissens und einer Klärung offener Fragen beginnen, sich dann aber vor allen Dingen auf die Kompetenzanwendung fokussieren. Dies könnte beispielsweise durch Analyse eines aktuellen Falls und den Entwurf einer eigenen Gerichtsstandsklausel geschehen. Die Ergebnisse dieser Stunde sind dann in der Abschlussbesprechung zusammenzufassen. In der nachfolgenden Nachbereitungsphase kann das Erlernte dann an einem Übungsfall rekapituliert werden, wobei die gewünschte soziale Interaktion beispielsweise durch Implementierung von Peer-U-Elementen sichergestellt werden kann. Darüber hinaus kann der Dozent weitere aktuelle Urteile und Aufsätze bereitstellen und damit je nach spezifischer Interessenlage des Studierendens eine Vertiefung des Stoffes erleichtern. Am Ende der didaktisch strukturierten Nachbereitungsphase sollte eine Kompetenztestung in Form eines Abschlusstestes zu den Gerichtsstandsvereinbarungen stehen. Innovativer Ersatz für die sonst verbreiteten Multiple-Choice-Aufgaben könnte hier die Aufgabe sein, eine vorgegebene Entscheidung zu analysieren und in einem Erklärvideo zusammenzufassen. Letzteres hätte übrigens auch noch den Vorteil, dass auf diese Weise weiterer Learning Content erzeugt wird. Folgt man dem hier entwickelten didaktischen Konzept des Virtual Enhanced Inverted Classroom, ergibt sich daraus die curriculare Struktur wie von selbst. Das gesamte Kurscurriculum ergibt sich zwanglos aus der Aneinanderreihung von Einzeleinheiten im vorher genannten Sinne, wobei freilich zu beachten ist, dass insgesamt die Lernziele und Kompetenzziele verwirklicht werden. Fassen wir den Inhalt dieses Beitrags zusammen. Ausgangspunkt war der Corona-bediegte Umstieg auf ein Emergency Remote Teaching und die Interimslösung mit einer Ergänzung des IRT durch einen Lernplan und Hausaufgaben. Es hat sich gezeigt, dass diese Varianten didaktisch problematisch sind und erhebliche Gefahren bergen, insbesondere die Gefahr des Social Distancing. Das von mir entwickelte und hier vorgestellte Virtual Enhanced Inverted Classroom Konzept verbindet demgegenüber in didaktisch sinnvoller Weise strukturierte Selbstlernphasen mit dozentengesteuerten Live Sessions. Die konkrete Auswahl und Zuordnung der einzelnen Lerncontente erfolgt hierbei nach den jeweils zu erreichenden Kompetenzzielen unter Berücksichtigung der Spezifika der jeweiligen Kompetenzart. Als geeignetes und zukunftsweisendes Tool zur Kurs- und Curriculum-Modellierung bietet sich das Constructive Alignment 4.0-Modell an, also die Erweiterung des klassischen Constructive Alignment-Gedankens um die Dimension der Lernumgebung und des Lernformats. Unter Berücksichtigung dieses Learning Environments kann die bestmögliche didaktische Lehrform ermittelt und damit zukunftsweisender moderner Hochschulunterricht verwirklicht werden. Möge dies stets gelingen, das wünscht von Herzen Christoph Schertl. Vielen Dank für Ihr Interesse, ich freue mich auf Ihre kritischen Anmerkungen und Rückmeldungen. Vielen Dank.